Chubby Bunny Chubby Bunny Hallo YouTube, es ist wieder Donnerstag und das heißt es ist Donnerstanny Time Ich finde dieser Name ist gut, der sollte sich durchsetzen Diese Woche sollten wir alle die Chubby Bunny Challenge machen Dann habe ich mir auch direkt hier amerikanische Marshmallows besorgt Für das Barbecue Und werde es gleich mal loslegen Aber ich kann jetzt schon sagen, dass ich ziemlich schlecht darunter bin Also ich habe das schon mal mit Freunden gemacht Und da habe ich die ganze Zeit manchmal was in den Mund bekommen Ja, ich habe es richtig drauf Vielleicht bin ich ja besser geworden in der Zeit Man weiß es nicht Wir haben uns auch eine Strafe überlegt, die wir dann filmen Und zwar müssen wir anbaden Also ins Wasser laufen und einmal Untertauchen Könnte kalt werden Und ja, ich habe ein bisschen Angst Weil ich habe da keine Lust zu Aber ich kann diese Kack-Challenge auch nicht Also... Mal schauen, was da alles so wird Ich habe ja auch richtig toll schon einen Müll einmal rausgesucht Weil ich werde ja bestimmt gleich das ganze Zeug dann wieder auskotzen Okay, also dann wollen wir uns mal den ersten Marshmallows rausholen, ne? Okay, oh Gott, oh Gott, kann das gar nicht Okay Chubby Bunny Das sieht gut aus Nummer 2 Nummer 2 Chubby Bunny Chubby Bunny Oh Gott Oh Gott Es war lecker Tschaui Bunny Oh Oh, 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 oh. Wenn ich richtig gezählt habe, müssten das jetzt 6 gewesen sein, wobei ich mir nicht sicher bin auf die letzten beiden überhaupt 10, weil man hat ja gar nicht mehr verstanden, was ich gesagt habe. Und ja, meine Wangen, so fühlen sich jetzt gerade ein bisschen, die tun gerade ein bisschen weh. Und ich würde sagen, ich habe es ziemlich verkackt, ne? Weil irgendwie war das dann auch voll so am Gaumen und ich hatte das Gefühl, ich muss gleich kotzen und deswegen musste es gerade auch echt einfach raus. Das ist mega die Lebensmittelverschwendung, kann das sein? Ich hoffe, Kiki und Mille waren schlechter als ich. Ich habe die beiden ja noch nicht gesehen. Das ist ja erst Dienstag und Kiki hat noch nicht hochgeladen und ich bin gespannt. Ich möchte nämlich eigentlich nicht ins Wasser. Wir werden sehen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Donner's Tanny Time. Ach und Sonntag sehen wir uns ja auch wieder, da kommt nämlich der Vlog von mir und Kiki. Und ja, ich würde sagen, bleibt dran, bleibt cool und tschüss. Wollt ihr auch ein Marshmallow? Okay, fun. Tschüss.